Das ist echt gut. Mega. Nudeln in Brot. Hallo Freunde der Aufgehen Sonne und willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem YouTube-Kanal. Ja, wenn ich Leute in Japan, die aus Deutschland kommen, die aus Europa kommen, frage, was sie denn am meisten an ihrer Heimat vermissen, dann kriege ich oft die Antwort Brot. Das liegt, glaube ich, daran, dass in Japan so dunkles Brot, so hartes Brot, gibt es halt nicht so viel. Aber trotzdem gibt es in Japan extrem viele interessante Sachen, was Brot angeht. Und ich werde mir heute die bekanntesten oder beliebtesten Brotsorten in Japan rauspicken. Habe mir ein paar Begraden Tuge ausgesucht, werde da hingehen, werde es essen, testen und es euch vorstellen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Wir fangen an und let's go! So, ich befinde mich jetzt vor der ersten Station und zwar hier in der Nähe vom Bahnhof Takadanobaba in Tokio vor einem Laden von Tokio Medompan. Das ist hier ein Laden, der sich auf Medompan Melonbrötchen spezialisiert. Das hat mir nämlich ein Abonnent empfohlen, also vielen Dank an dich. Ja, ich werde das jetzt mal testen und euch so ein bisschen erklären, was das eigentlich ist. Wir sehen uns gleich. So, los geht's. So, ah, konnichiwa. Eh, so, Fren no Meronpan, onigai shimasu. Hintotsu deen. So, 200 Yen. Ne, 190 Yen. Oigai tozaimasu. Das ist das Meronpan. Ich werde das gleich essen und euch ein bisschen was dazu erklären. Hier habe ich das schöne Ding. Also, Meronpan könnte durchaus bekannt sein aus Anime-Filmen, aus Anime-Serien, aus japanischen Filmen allgemein. Hat den Namen jetzt nicht aufgrund, dass es wie Melonen schmeckt, sondern weil die Form, dieses Muster, einer Zuckermelone ähnlich sieht. Aber Melone an sich ist jetzt nicht drin. Hat 190 Yen gekostet. Also ungefähr 1,60 Euro, sage ich mal. Das ist gut gelungen. Also, ich habe ja schon ein paar Melonenpan gegessen, auch eins im Video, aber vor allem eben von Convenience-Stores aus dem 7-Eleven. Und es ist eigentlich kein Vergleich, als wenn du es in einem richtigen Laden in so einer Bäckerei kaufst. Dieses krosse, diese krosse Kruste und innen dieser weiche Teig ist einfach so eine geile Kombination. Mega lecker, finde ich. Auch wenn es keine Füllung oder so hat. Das als Brot schmeckt gut so. Gibt es tatsächlich auch in deutschen, japanischen Bäckereien. Wenn ihr in Düsseldorf seid, in Berlin habe ich es auch mal gegessen. Ja, aber am besten und auch im preiswertesten natürlich in Japan. Ja, ich werde es mir jetzt erstmal schmecken lassen. Das war echt lecker. Was ich auch vergessen habe zu erwähnen ist, dass es diese Melonenbrötchen, also Menonpan, in verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt. Also der Laden, wo ich war, die hatten auch irgendwie Schoko, Zimt, da mit Schokostückchen drin und so. Absolut empfehlenswert, könnt ihr ja gerne mal ausprobieren, vielleicht auch in Deutschland. Und ich gebe dem mal eine 8 von 10 oder 8,5 von 10, sage ich mal. 8,5 von 10. Extrem gutes Melonenbrötchen. Das Einzige ist, ich hätte mich gefreut, wenn das schon ein bisschen wärmer gewesen wäre. Weil es ja auch dort herstellen, wäre es geil gewesen, wenn es noch ein bisschen warmer wäre. Und noch so richtig frisch aus dem Ofen quasi. Ja, dann wäre es 9 von 10 gewesen. Aber ja, es war richtig schön, knusprig außen und dieser süßliche Geschmack, also echt gut empfehlenswert. Wir sehen uns dann bei der nächsten Station. So, ich bin jetzt im Bezirk Shimokitazawa oder in der Gegend Shimokitazawa hier angekommen. Das ist eigentlich bekannt dafür, dass es ein ziemlich Secondhand-Modeviertel ist. Ich bin hier aber dafür da, um ein Carrepan zu essen, also Currybrot. Was es genau ist, seht ihr gleich. Ich werde mir das erst mal holen. Und zwar gibt es ein Geschäft hinter mir, was dafür sehr beliebt sein soll. Und ich werde mir da jetzt eins holen und wieder essen. Wir sehen uns gleich. So, da ist das Brot. Also, Carrepan beziehungsweise Currybrot, wenn ich das irgendwie übersetzen würde. Ich habe euch ja schon von dem, vor zwei Wochen habe ich ein Video veröffentlicht, da habe ich unter anderem japanischen Curry gegessen, also mit Reis. Das ist jetzt quasi ein bisschen die Brotversion davon. Also, das Ganze sieht so aus. Also, außen schön frittiert. Und innen drin ist eben die Currysoße. Hat in dem Fall 250 Yen gekostet. Also, umgerechnet so zwei Euro. Boah. Das ist, das ist echt gut. Mega. Ich habe in dem Fall eine Version genommen. Also, hier ist die Currysoße. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Und mit Mozzarella-Käse. Und das harmoniert wirklich sehr gut. Außen so knusprig. Innen schön mit Käse, mit Curry. Schön warm. Kann ich auch jedem empfehlen. Mega. Also, wir kommen gleich zu meiner abschließenden Bewertung. Und ja, dann sehen wir uns bei der Bewertung, wenn ich es fertig gegessen habe. So, ich habe jetzt fertig gegessen. Also, es war wirklich sehr lecker. Ich gebe dem Ganzen eine 9 von 10. Das gebe ich relativ selten, 9 von 10. Aber in dem Fall gebe ich, weil es wirklich lecker war. Viele würden sich jetzt interessieren, wann gibst du denn eine 10 oder wann gibst du eine 9,5 oder so. Eine 10 würde ich erst dann geben, wenn es so richtig, ja, wenn es wirklich was extrem, extrem leckeres ist. Wo ich fast schon, deswegen mir die Tränen kommen oder so, wenn ich das essen würde. Aber eine 10 auf diesem Kanal wird vielleicht auch irgendwann mal kommen. Aber noch ist es noch nicht so weit. Also, 9 ist schon extrem gut. 9 von 10 und dann sehen wir uns bei der nächsten Backware. So, ich bin jetzt vor der nächsten Station quasi angekommen. Also, ich bin jetzt im Bezirk Shinjuku und stehe vor einem Brotladen, der heißt Mineya. Und der befindet sich eigentlich total abseits von den ganzen hohen Wolkenkratzern und so, wofür Shinjuku ja eigentlich bekannt ist, sondern in so einer ziemlich ruhigen Straße. Dieser Laden, der sieht auch ziemlich traditionell ein bisschen alt aus. Ja, ich bin mal gespannt, was sie da so haben, wie das aussieht. Und wir sehen uns, denke ich, dann drinnen. Ich habe mir jetzt ein Brot geholt. Leider hatten die nicht das Brot, was ich eigentlich haben wollte oder wofür der Laden auch so ein bisschen bekannt ist. Das hatten sie irgendwie nicht mehr. Aber das ist kein Problem. Dafür habe ich mir ein anderes Brot geholt, was ich für dieses Video auch quasi verwenden wollte. Und das ist das Anpan. Es ist auch ein sehr beliebtes japanischer Snack. Und zwar so typisches Weißbrot halt mit süßer Bohnenpaste drinnen. Also Anko. Also diese süße Bohnenpaste ist ja ein bisschen kontrovers für westliche Leute, für Europäer vielleicht. Manche lieben es, manche mögen es eher nicht so. Ich mag es. Ich mag es. Das ist, glaube ich, einer der besten Anpan, die ich gegessen habe. Die gibt es natürlich auch so im Convenience Store. Aber von so einem Bäcker das zu holen, das ist echt schon ein Unterschied. Ist natürlich nicht jedermanns Sache. Weil, wie gesagt, auch diese Bohnenpaste, die jetzt drinnen ist, auf die stehen viele nicht. Aber ich stehe auf jeden Fall drauf. Mega. Okay. Wieder fertig gegessen. Ich hatte vergessen zu erwähnen, wie viel das kostet. Das hat in dem Fall 150 Jens gekostet. Die Bezahlung habt ihr ja gesehen. Ziemlich billig. 1,10 Euro oder so. 1,20 Euro mit dem Dreh. Meine Bewertung, ja. Was ist meine Bewertung? Ich gebe dem Ganzen eine 8,5 von 10. Für einen Anpan war das extrem gut. Deswegen ist auch, das Anpan mag ich sehr. Aber ist jetzt nicht mein absolutes Favorite von allen Sachen, die es in Japan gibt und so. Oder an Snacks, die es in Japan gibt. Deswegen hat das Spiel jetzt auch eine Rolle. In dem, was es getan hat, war es sehr gut. Das Brot war irgendwie nochmal ziemlich gut. Und jetzt hatte noch so eine besondere, eine gewisse Härte in der Weiche. Das war es dazu. Wir sehen uns dann bei der letzten Station. Wir sehen uns dann später. Bis dann. So, neuer Tag, neues Glück. Ich werde jetzt die zwei letzten Brote, die ich euch zeigen will, hoffentlich besorgen. Und zwar befinde ich mich mittlerweile vor einem Laden, der heißt Shimizuya. In der Gegend Nishi Ogikubo in Tokio. Ich hoffe, die haben das, was ich suche. Und wir gehen jetzt einfach mal rein. Konnichiwa. Yakisoba-Pan to Shoko-Korone. Gongo-geosu, ne? Ah,ありがとうございます. Ich habe tatsächlich genau das gefunden, was ich gesucht habe. Ich habe das natürlich auch vorher auf Google-Bildern so ein bisschen gecheckt, ob die das haben. Und ich bin relativ früh hierher gekommen, sodass nichts ausgekauft wird. Ja, wir werden jetzt noch mal gemeinsam essen zum Abschluss. Jetzt kommt die Krönung. Genau, wir sehen uns gleich. Ich habe mich jetzt in einem Park in der Nähe niedergelassen. Ich werde euch jetzt diese bestimmten speziellen japanischen Brotsorten zeigen. Fangen wir mit der einen ganz speziellen Sache an. Und zwar haben wir hier das sogenannte Yakisoba-Pan. Also, das Ganze sieht so aus. Das ist quasi so Weißbrot. Und drinnen sind Nudeln. Also Nudeln in Brot. Auf die Idee muss man echt erstmal kommen. Und Yakisoba sind ja gebratene japanische Nudeln. Da haben die auch so dieses Benisoga, das pinke. Das ist quasi eingelegter Ingwer. Das benutzen die auch manchmal in Ramen. Also, das werde ich jetzt einfach mal ausprobieren. Hat nur 150 Yen gekostet. Und ziemlich billig. Itadakimasu. Das ist der Test. Mir schmeckt es wieder ziemlich gut, muss ich sagen. Man könnte denken, so Kohlenhydrate auf Kohlenhydrate, Nudeln im Brot, passt nicht so. Aber in dem Fall, da ist ja auch Soße drin. So, mal Sojasauce und so. Dadurch wird es nicht zu trocken, sondern da ist so eine gewisse Saftigkeit dabei. Ich finde, das ist so eine gute Option. Wenn man Yakisoba essen will, aber kein Besteck hat, dann sieht das Brot als Besteck. Also, man kann es dann mit der Hand essen und muss dann nicht, braucht keinen Stiefen oder eine Gabel für die Nudeln. Deswegen gibt das von mir die Bewertung von 8,5 von 10. Coole Idee. Jetzt kommen wir zum allerletzten. Und das ist eine Sache, da könnte man denken, das könnte aus Frankreich kommen, das könnte aus Europa kommen. Aber es ist eine japanische Erfindung. Das nennt sich Choco-Colonne, also Choco-Corné. Corné ist ja französisch für Hörnchen oder so, sprichwort Choco. Es ist eine Choco-Füllung drin. Ich habe das schon mal gegessen und ich habe in Erinnerung, dass es wirklich gut war. Und ich werde es mal austesten. Wow. Jeder, der Choco mag, der wird das auch lieben. Und diese Choco-Creme, die ist fast schon Pudding-mäßig von der Konsistenz her. Und es passt irgendwie sehr gut in diesem Brot. Und mega lecker. Also, das ist so eine Sache. Die lieben Kinder, die lieben Erwachsene. Das kann man jedem geben. Ich gebe dem auch eine 8,5 von 10. Und das war es dann auch mit dem Video heute. Wenn man auf der Suche nach wirklich so harten, deutschem, dunklen Brot ist, dann gibt es das nur sehr wenig in Japan. Das gibt es dann vielleicht in so speziellen Bäckereien. Aber wenn man so ein bisschen Brot mehr haben will, weil man Bock auf was Süßes hat, dann wird man in Japan auch fündig. Ja, das war es mit dem Video. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann wahrscheinlich wieder im nächsten Video. Macht's gut und Peace! Bis zum nächsten Mal.